Hallo miteinander und willkommen zurück zu der Wundersplanetfall mit Dorian Gant. So, wir wollten hier ja, wollten wir hier kämpfen? Wollen wir jetzt kämpfen? Wollen wir später kämpfen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kannst du ja hier hin dann gleich. So, wenn du schließlich, wir sollten uns auf jeden Fall sowas hier noch holen in nächster Zeit. Hm. Oder einen von euch hier mal rausdrücken. Okay. Ja, und ich kenne mal da jetzt erstmal nicht raus. Da hinten, hier steht auch noch auf irgendeinem Goodie. Steht auch auf irgendeinem Goodie. Ich könnte euch auch mal hier rüber schicken. Da ist denn die Milizier jetzt nochmal 490. Ja, gleich dürfte sie ja stärker werden. Dann ist alles gut. So, dann die Propagandatürme. Na, erstmal das Upgrade hier. Und hier in dem Sektor. Was machen wir da? In der weiteren Stadt wäre natürlich auch nicht schlecht. Am besten irgendwo hier am... Am Wasser. Aber auch mehr Einheiten. Also, mehr von diesen Zielwasser-Jungs. Aber wir könnten auch noch ein Echo... Ja, ich meine, wir haben zwar wenig Geld, aber... Echo-Streiter wären schon super. Deswegen bauen wir mal einen. Die Sono-Türme. Werde ich das? Also, die Stadt hier ist dann relativ, denke ich mal, uneinnehmbar. Na, warte, wer... Wir schieben mal das hier noch ein. Moment. So, damit wir natürlich frei operieren können mit unseren Leuten. So, du bist ja unser... Du bist unser Haupttyp. Ja, ja. Eigentlich will ich echt diese Städte da mal machen. Eigentlich. Du hältst hier die DIN hier, wie gesagt. Ja, du wartest hier. Ich finde den Elfenbein links auf den Saugen supergut. Okay. Machen wir jetzt als nächstes den Auftrag... von rund 8, das sind 8 Leute, die man töten muss. Das sind nicht so wenige, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Wir sollten echt gucken, dass wir uns hier schnell noch ein bisschen ausbreiten. Diese ganzen Gullis hier einsammeln. Was eigentlich relativ einfache Kämpfe sind. Oh. Du willst hier wohl angreifen, ne? Das werden wir verhindern müssen. Hm, 5, 5, 1. Jetzt die Frage, als was ihr euch gerade verwandelt und so. Das weiß ich halt nicht. Geschüttener Hirte. Ah, du bist der Typ mit diesen krassen... äh, Giftgedöns. Hm. Gucken wir, wie gut der automatische Kampf ausgeht. Relativ gut, würde ich sagen. Dann müssen das wahrscheinlich unsere ganzen Jungs hier jetzt, äh, hier Oberhunde haben, als... ...als ihr Ausgleich... ...oder aus Walgedöns. So, wir warten hier. Dann haben wir uns das hier nächste Runde. Ob Pilzbefall. Wir leuchten dieses Ding hier eigentlich so dringend. Okay, wir werden die Jungs hier rausschieben und dann diese, äh... ...seine hier anektieren als nächstes mit Titanios. Tut euch das Alarm und die Propagandatürme, also auch noch, ja? Forderung der Teriana-Fraktion. Äh, was war das noch mal her? Okay, wir sollen... ...und zwanzig Rufen und fünf Gunst. Ja, komm. Nimm das Cosmeet, ja? Dann, Forderung der Paragandatüraktion. Ihr wollt auch Cosmeet haben. Ach ja, von mir aus. Das können wir ja demnächst dann quasi hier gutsmäßig eintauschen gegen das hier. Geilmeldviteration ist fertig. Jeder braucht einen Abschluss, um zu tun, was sie allgemein wollen. Sie haben das Weiß... Gut. Äh, so, was haben wir denn jetzt bei den zivilen Tags? ...Modations-Effektivität. ...Triegenplätze wäre auch nicht so schlecht, nicht. Die Quantenverstärkung. Versuch, überwachen, Doktrinung 4. Das ist ja auch ein, ehrlich gesagt, ein... Ja, nimm das hier. Wartaufbereitung erlaubt es uns, die Gefahren, äh, die Gefahren zu entfernen. Ein Fluss, hier mit einem Fluss, hier mit einem Fluss, hier mit einem Fluss, hier mit einem Fluss erzeugen, na, also mit einem Fluss 10. Ja, das ist ja als nächstes, denke ich. Aber ja, ist das da oben. Ein Doktrin mehr. Okay, na, ich von den Tariana-Fraktion erhalten. Den Abschluss... Ah, das hat eine Markierung, das sind die Tariana-Fraktion, das sind... ...noch bei uns hier oben, okay. Heißt, wir machen erst das hier und danach gehen wir hier oben und machen das. Will ich meinen? Zudem ist, ich müsste euch erst mal heilen hier, ne? Okay, du schießt hier mit einer Menge Schweinen. Und er erkundet hier. Na gut, ist okay. Wir können uns ja auch so noch ein bisschen heilen in dieser Runde. Und dann machen wir das nächste Runde hier kalt. Überwahr das Befehle. Ja, mit deinen drei Leuten. Du hast eigentlich auch eine richtige Armee. Dann könntest du nämlich hier das Zeug dann holen. Kann ich bei dir eigentlich auch Truppen reduzieren schon? Ja. So ein paar Plünderer, die einfach geben. So einen krassen Plünderer. So. Wobei, wir können es nicht wirklich, wir sind ja sehr, sehr knapp bei Gasse immer noch. Ja. Warte einfach mal. Was mir ist, Kursus Billi ist schon erfolgreich. System sind volltratet. Version durchs Ziel ausgeführt. Ergebnisse nehmen, was erhält. Huber und der Kado plant die Macht über den Grenzen ergreifen. Und erhält. Und gerne mal Version durch. Dann schau wir jetzt auf eins. Ja, die will uns, glaube ich, hier töten. So habe ich das Gefühl. Das ist sie hier. Hm. Ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir jetzt ein paar Sachen hier einsammeln, ne? Dass wir das hinbekommen. Der 24. So. Und jetzt auch hier. Das ist 86. Automatisch sterben bestimmt Leute, ne? Die ganze Armee stirbt, literally. Oh nein. Moment, Moment, Moment. Ich lade mal kurz den Autosap. Nein, 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 nein. Das, nee. Das sollte ich so nämlich nicht machen, ja? Es ist so bitter, ne? Ich muss tatsächlich warten, bis der hier geheilt ist. Oh, das ist wieder so eine Zeitverschwendung. Oh, ich kriege die Krise. 39, dass ihr hier rausgeht. 720 haben wir jetzt hier. Vielleicht immer noch zu wenig. Naja, mal abgesehen davon, dass... Ach, das ist so schrecklich, ne? Dass, äh... Ähm... Ja, wir solche Probleme mit der Energie haben. Sie sind natürlich halt in der Hauptstadt. Jetzt mal in der Runde Energie produzieren, damit überhaupt was geht. Das ist ja nur... Die sind viel einfacher als die hier. Witzigerweise. Jetzt ist es mir leistend, jetzt hier rauszulaufen, ohne dass das hier angriffen wird direkt. Ja, jetzt ist auf... Ja, komm. Komm, geh hoch und hilf da. Zusammen schaffen wir das. Vielleicht ist es ja hoffentlich für euch hier. Wir sind so halbwegs... ...aufgefüllt. Wir sind halt ziemlich stark hier. Bist, fortgeschnipsel, psychopath, spacer, schmelzer. Hm, manuellen Kampf. Ja, versuchen wir mal unser Bestes hier. Ist halt echt blöd, dass wir nicht geheilt sind. Ah ja, sie haben ja schon mal die High Ground. Und... ...odererweise holen wir uns das Schwein und überrennen die einfach. Also, was wir nicht tun werden, ist auf die zu rennen. Das ist keine so gute Idee. Dann stelle ich mal hier hin. Auch so. Baragon-Soldaten bleiben hier stehen, machen dasselbe. Techies-Duo. Geht mal hier vor. Wer hat das Schwein an. So, und du... ...bleibst ja auch in unmittelbarer Nähe hier. Hier eben so. Hier zum Beispiel. So, und du hast natürlich auch noch einen Infiltrator. Ja, wir sollten uns mit euch hier irgendwie drüber bewegen. Guck mal hier so. Ja, es ist halt ein bisschen fraglich. Wie sich hier hinstellen. So, guck mal hier alle hierher. Spacer-Schmeinz ist Klasse 3. Kann ich jetzt nicht übernehmen. Klasse 1, Klasse. Wir können es später noch verbessern, dass wir... ...stärkere Einheiten übernehmen können. So, ich höre. Das Schwein ist hier das Beste in diesem... ...ä, sag ich mal... ...dieser Versammlung hier. Was hast du als nächstes? Hopper Hund, Klingenschlund. Ja, bleib erst mal so. Hopper Hund, Klingenschlund. Den Viechern hier ist eigentlich der gleich mit am... ...gefährlichsten. Wobei dieser komische Schweine... ...toll. Bestragend. Weil sie schwer zu treffen sind. Okay, er kommt sich auch vor hier. ...interessant. Streiftreffer. Okay. Ähm. 90. Macht bei dir eigentlich am meisten Schaden. So, ich höre alle den Damage und alle im Kreis. Aber nur geringfügig ist das Problem. Reaktiver, starten wir mal das hier so. Sehr schön, Neurotoxin. Wo gibst du dir mal jetzt auch... ...sieh mal hier. 50%. Nur 50%. Wieso nur 50%? Ich hab die literally flankiert, ne? Lüff die Granate. Brennt ihr Schweine. Das ist selten so passend gewesen. Ähm. So, hier Mr. Baragun. Ja, komm mal hier hin. Auch wenn das... ...sieh keine so gute Idee ist, ne? Das hier hin. Ein Frager soweit. Eigentlich schon. Aber es blinkt leider nicht viel. 2080. Den triffst du wenigstens. Okay. Dann mal hier rüber. Feuer. Befürchte, dass wir mit... ...sonst niemanden schießen. Genau, doch mit dir könnten wir schon. Hm. Vielleicht tut mir ja... Oh, wow. Ich bin erstaunt. So, der Hopperhund. Befürchte, geht mal hier hin. Abruziert mal hier... ...einen Angriff oder sowas. Hm. Ich meine, ich könnte natürlich hier... ...noch eine Hochfrequenz-Explosion... ...leinballern hier. Gibt uns das? Eigentlich nicht. Außer wir kriegen noch disorientiert und so drauf. Ja, komm nochmal. Wir wollen ja, dass hier unten... ...würste rausgehen. So, desorientierte, verwirrte Schweine. Oha. Wer verteilt euren Schaden? Nee, irgendwie. Autsch. Oh nein. Nicht der Hopperhund. Au. Nehmen Sie mal wenigstens in Deckung. Gut, viel Schlag. So, ich hätte jetzt ja gesagt... ...magen wir jetzt mal den hier, so irgendwie. Oder auch nicht. Ich würde ihn einfach töten hier. Ja. Ja. Wollte ich ja eigentlich mit dir... ...so nah rankommen, dass ich das Schwein nehmen kann. Ja, komm mal den da. Das erste. Mal da hin. So, jetzt... ...nimm das Schwein. Falscher Knopf. Nimm das Schwein. So. Gut. Jetzt töten wir... ...und du schaffst ihn hier, ne? OMG. Jobt unser Held gleich tatsächlich wahrscheinlich. Nicht können wir töten direkt. Was ist denn? Weil nur so wenig... Ja, dann mach du mal das hier, lieber. Du gehst mal hier so in Deckung. 65. Ja. Wo ist? Gut geschossen. Wirklich. Oh, ich hätte den umdrehen sollen. Jetzt ist es halt vorbei. Ja. Held stirbt... ...an Schweinen. Das... ...das ist bitter, aber... ...der Kampf ist echt viel schwerer, als er sein sollte. Äh... ...das Ding hat trotzdem überlebt. Ja. Geh... ...die hier töten. Der Rest wird sich dann darauf konzentrieren. Ja, auf das letzte Schwein. So. Hier rüber. Und Feuer. Da hat mein eigener Mann geschossen. Gut. Er hat es bedient. Verstellt er sich immer den Weg. So. Und du machst hier noch einen Schuss jetzt. Sehr bitter für ihn hier, aber... ...naja. Es passiert. Ja. Ein bisschen besser war es ja, aber... ...nicht viel. Sonst gibt es hier Energie und alles. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Armee. Die wir jetzt wieder hochbringen können. Oh man. Bin ich hier drüben noch in der Quest irgendwo? Nee. Ja, dann komm mal zurück nach Hause und heil dich mal hier irgendwie. In der Gegend. Also du kommst dann eh hier hoch und dann... ...ja. Jetzt sind wir hier gemeinsam los und alles ist hoffentlich wunderbar und toll. Angebot erhalten von Nicole. Hast du das nicht ein anderes Pakt? Äh, ja. So. Könnten wir vielleicht eine... ...Verteidigungspakt ist ja natürlich super. Die Stadt ist bereits angestellt. Wartet drei bevor du einen neuen... Ach so. Sollten wir jetzt merken, weil sie... ...ist nicht ganz so abgeneigt. Operation gewinnen. Na, das brauchen wir nicht. Vielleicht haben wir Doktrinplätze noch. Äh. Nein. Doch zwei. Null von zwei. Hä? Aber es laufen doch... ...zwei Doktrinen schon. Eigentlich. Ist ja das nicht dann zwei von zwei heißen eigentlich. Hm. Naja, wer weiß. Wer weiß. So, das heißt, ich warte jetzt aber noch eine Runde hier oben. Bis er hier ankommt. Ja. Und danach töten wir den. Jetzt sind wir in der Gegend. Krieg, das ist das, was ich will. Hobson und Locato reden wir nicht. Deshalb werden wir nicht bald den Krieg erklären. Äh. Was ist eigentlich? Das ist nicht genug. Ja, ja, okay. Behauptungen. Kompliment machen. Um 100. So, wir schauen mal, ob das irgendwie was bringt hier. So, das geht jetzt mal nicht mehr. Nur in seiner Aktion werden oder anklagen zurück. So. Mal schauen. Vielleicht kriegt man das ja noch umgedreht hier. Ich habe eigentlich jetzt keine Lust auf so einen Krieg. Gegen irgendeinen Zusatzstippen hier. So. Gut. Das ist hier soweit. Das ist dann hier. Das ist auch fertig. Und das hier ehrlich gesagt zuerst. Und hier abgeschlossen. Ähm. Ja, wir könnten es tatsächlich auch verkaufen. Aber wir haben hier Energie auch mit drin. Und wir nehmen mal das lieber alles mit. Das ist schon besser so. Ja, Mau. Ich hoffe, ihr hört den gerade nicht. Okay. Ich bin mal echt gespannt, ob ich noch eine Doktrin dazu schalten kann. Weil eigentlich sollte ich keine mehr haben. Ja, wir werden sehen. Keines hat sieben ein, oder? Oh, was ist das hier? Supermonde. Man steht zu sagen, wo man doch hier zusammenhängt mit der Stärkung von Psyonica und stellt sich als wahre daraus. Okay. Erhöhtes... Sicherheitsrein. Wir werden hier mit dem Kampf unterstützen. Wir werden hier mit dem Kampf spürt. Wir werden ein bisschen Energie über das Stärkwölz. Sie hat eine Stärkwölz-Möpfe. Sie hat eine Stärkung von vier. Wir haben auch eine verstandsgelegte. Die Krieg hat uns auf uns erklärt. Die Krieg brauchen wir, um da hochzukommen. Der Propagatorenansatz ist fertig. Ja, ist okay. So, dann hier die Propagandaverbreitung. Über die netten Propagandatürme. Massive Moral-Buni. Ah, sehr schön anerkennend. Gut, gut. Sehr gut. Die Energieerzeugung ist hier mal durch. Dann bauen wir die Sono-Türme hier jetzt. Wir haben jetzt immer 1.000. Damit sollten wir uns ein bisschen verteidigen können. Die Provincia hat aber noch... Wie viel hast du? 720. Das heißt, warte mal, hat die Hauptstadt... Die scheint hier echt einen Bonus zu haben, auf jeden Fall, weil... Wir werden sehen, wo das liegt. Irgendwie... Vielleicht liegt das auch da dann. Man weiß es nicht. Wir werden sehen, wo das liegt. Okay. Hier unten haben wir... Natürlich dann entsprechend auch 1.000. Ja... Das andere Serpentier ist schon wieder da, durch diesen Krieg gerade hier... ...verhindert worden. Das ist für Primi. Nein, das ist für Primi. Das wäre ja auch komisch gewesen. Kriegsoperationen, Kartenstimmkrise und Allemarscher Bedrohungen... Na... Das ist alles... ...die Energie nicht wert. Okay... Ja... Wir sind leider noch nicht in Reichweite, um das anzugreifen hier. Was ein bisschen blöd ist. Was ein bisschen blöd ist. Und dann laufen wir hier nach oben. Langsam, aber sicher. Hier... So, hier... Wenn ich hier jetzt noch die Sono... Äh... ...Geschütze hinbaue... Dann ist zumindest das Ding hier mal safe. Dann brauchst du die Propagandatürme hinterher. Du... Ja, wir müssen eigentlich das hier auch noch töten. Das ist das Schlimme eigentlich. Äh... Wir können halt nichts mehr machen jetzt, seitdem der Krieg jetzt angefangen hat. Hier... Ja... Wir werden jetzt tatsächlich so einfach mal festsitzen. Okay... Ja, das... ...fällt erstmal auch raus, so dass wir es nicht leisten können. So... Mal gucken. Hier scheint ja... ...auch noch mal Armee zu sein. Oder irgendwas. Wo ist es? So, das Informationskampagne... ... 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 mal das hier eine runde nur ja und eigentlich hätten wir jetzt genug um das hier theoretisch zu entjinxen und da sind sie dabei okay grenzöffnung war das deine befehle ja leider wir sind nicht in der lage voran zu schreiten ja es ist halt eigentlich eigentlich sollten wir jetzt unser zeug sparen das oben frei zu machen aber eigentlich brauchen wir auch einheiten wir lassen das wir werden das wir werden dann den einfluss sparen für das zeug hier oben und hier so nicht angriffspakt handler ja du bist total verhandler aber gemerkt dass du das super verhandelt hast du da okay du hier nicht du bist ja die die uns wohlgesonnen ist und super wohlgesonnen mit dir hätte ich eigentlich ein verteidigungspakt oder sowas machen sollen und kassel in den krieg nie dafür reicht es nicht auch ich denn dafür schon 310 ich könnte natürlich hier einfluss um mich schmeißen aber wir lassen es mal operations für priming die wir in der sendung die spiel angebild das in sechs runden es hat diese betroffene kolonien ist fünf energie und als kosten für primatoren ist um okay ja also erst mal nicht aber bald bloß natürlich sieht natürlich jetzt dass unsere leute hier sind und angreifen das sollte kein problem sein hier was sagt der automatische kampf ansonsten müssen wir es alleine machen wenn es zu übel ausgeht ein mann verloren ich denke das ist okay da kommen hopper hunde so die leute von denen werden sich jetzt hier natürlich darauf verteilen auf unsere zwei jungs hier beziehungsweise der held liegt halt den 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 und den vermutlich die kommen doch nicht daran und das ist super das heißt wir können uns erst verstärken und teilen was hier weiter geht hattet hier irgendwie level ups nope wo ist das eigentlich ein können wir dich noch verbessern eigentlich irgendwie das analysiert ist ja komm wir machen uns mal dran ok dann ja insider herbeirufen betrifft nur bodeneinheiten wenn ich sage das kann ich um einen schläferagetten oder in seltsamen fällen einen einlegen auf den plan zu rufen daraufhin neben dir erscheint das ist sehr gut das ist sehr gut bestätigen ok jetzt hätten wir sogar genug Einfluss um uns einfach mal noch mal hier so ein Einer zu holen ich meine was haben wir jetzt wieder verloren eigentlich ja die Staten sind ja so schlecht ich meine aber sie haben wenigstens ich meine die Dinger hier sind ja ehrlich gesagt nee behalten wir uns das jetzt weil wir können es eh nicht hier drüben sparen die werden hier drüben rauskommen und dann ist eh es ist eh vorbei so ähm absorbieren 6 rundheran ja willst du vielleicht Frieden haben nein ja dann fange ich an als zu absorbieren das muss dir klar sein hoffentlich das ist eine böse Anwendung schwer zu tun streichen schallwaffen diese还atten es ist eine Schmelzung es ist natürlich nicht schlecht ne wenn wir hier nur so und die sind wo du das aufpacken ist eine Schmelzung es ist einfach in dieser eine zeichentlich eine Stufe Tommel der Einschlag oder Brennen noch vor Ursachen ja alles gut ne Es ist ja zumindest die eine hier. Wir brauchen mehr Cosmeet, habe ich das schon erwähnt. Okay. Quantenverstärkung ist auch fertig. Ja, Echo-Geschichten sind gar nicht so schlecht. Ausbruch an der neuen Union, Plantage in der Einigungsprotokolle, Belegungsversuche und Helden-Wiederbelegungsprotokolle. Die Gegenoperation... Oh, du meinst, eine Säuberung aus... ...bersuche alle Geheimoperationen, die sich momentan betreffend zu identifizieren. Okay. Operationsbekämpfung. Geheimer Start. Ja, operative Verteidigung. Ich meine, komm, mach mal. Das ist gar nicht Schaden, dauert nur eine Runde. Paragand. Können wir dafür die Paragand errichten. Wir kriegen einen Fanatiker dafür. Das könnten wir ja tatsächlich machen, indem wir die Einheiten haben. Wir produzieren, so. Weißt du, wie du wartest hier jetzt? Ebenso. Und die Militärforschung, die nächste. Ja, das Kastensystem. Schilder, Lerntechnologie, Laser, Unruhe, Stifter, Klasse 5 Einheit. Hm. Omni-Clown. Ich meine, es wäre schon gut, ne? Die Anwendung, was macht das? Was ist der Hologramme, die du kontrollierst? Erlangt Schaden. Ja, äh, das Schaden. Oh, Losion. Das Kastenschilder erlangt da hinjagen. Ah, ich mache mal das Kastensystem hier, glaube ich, zuerst. Um dann hier, um diese Seile hier mal ein bisschen anzugehen. Okay, äh, nach der Geschicht von Mita Abras. Ich habe ja getrogen, du wirst von, äh, er ist uns auch wie die Pest hier. Produktion bereit. Das ist okay. Okay, gut, sehr gut. Happiness Event. Und die Vierhopperhunde sind doppelt so schwach wie unsere Garnitze oder so. Wird da auf dich nichts passieren, ja? So. Nein. Alter. Lass mich wohl daran laufen. Okay. Sie haben sich entschieden, hier nicht anzugreifen. So, woanders. War hat uns erklärt. Ja, es war so klar, dass die uns irgendwie erklärt. Plötzlich kommt er jetzt nicht hinterher. Das ist echt nicht dein Ernst. Ich meine, die Armee hier ist echt schwach. Ich meine, einfach nicht hinterher. Den falschen Namen auch drüber geschickt. Komm hier rüber. Du hast jetzt nichts mehr hier. Ich meine, sechs Einheiten gegen, ja. Nicht geil eigentlich, ne? Die Wanderer bestimmt, dass die Gierenden angreifen. Wenn ich Glück habe, schnell genug bin, kann ich mir nächste Runde hier ranziehen. Mit den Jungs. So, ne? Und dann angreifen. Ein paar Runde sind mir jetzt erstmal echt egal. Also hier kriegen wir ja gleich nochmal mehr Einheiten. Ja, wenn ich wenigstens bei denen mal irgendwas Besseres holen könnte. Aber wesentlich bin ich noch nicht mal auf Freundschaft. Das ist echt bitter. Wir holen mal hier so einen Soldaten noch mit. Und jetzt mal einen. Ja. Elfindel oder so. Muss jetzt erstmal warten. Gegen Operation sind verforscht. So, Informationsbeschaffung. Die Verteidigung. Ja, wir wollten das Umweltgedöns eigentlich machen. Mit dem Unterstützung machen wir mal die Umweltgeschichte zuerst hier. Ja. Machen wir dann mal nächste Folge weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Toll.